hallo leute ich bin zwar wieder der chris und marius genau und ihr seht ja wieder es ist portal 2 ok und ja jetzt kommt die letzte welt würde ich mal sagen ja gibt es nur fünf oder ich glaube es gibt nur fünf aber kommt vielleicht noch ein bonus der würde also da müssen wir jetzt sind warte mal ich glaube mal wir müssen jetzt dahin zack und dann noch hier eins da bin ich ja mal gespannt ob das was wird war sogar richtig ja schon sagen kein portal mehr gespielt wir haben jetzt wirklich lange pause gemacht ja das zwei was bei mir auch so mal schauen zwei oder drei wochen ich würde mal sagen zwei oder aha ich dachte jetzt wir werden hier irgendwie hochgesogen oder so ich dachte wirklich wir sind jetzt gleich unten aber nein es kommt eine ladezeit das ist man jetzt schon gewohnt in diesem let's play genau aber ich meine wir müssen die ladezeit auch aushalten und viele haben ja auch gesagt die kreativen beiträge in diesen pausen sind immer sehr toll finden wir auch wir gehen uns da richtig viel mühe schreiben wir unsere skripte immer stunden lang deswegen ja was wir lernen unsere texte schon aus deswegen gibt es die auch immer nur samstags weil wir die woche über lernen einfach den text werden wir jetzt sprechen werden alles von vorher geplant genau hier sind wir rausgekommen ja rein theoretisch ja du guckst gar nicht ich sag mal irgendwas und dann guckst du nicht und dann wissen die gar nicht was ich meine ja du meinst doch wo bist du denn jetzt eigentlich überhaupt also ich stehe schon ich löse schon ins Rätsel wir haben mich gebiegen du sagst du dich gesehen einfach äh warte 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 verpiss mich jetzt ey ich wollte da jetzt hoch GLIBBER wirklich GLIBBER oh ich will GLIBBER ich will zum GLIBBER ich geh zum GLIBBER nein ich geh ja racer doch jungen GLIBBER ist so weißt wir spielen jetzt mit GLIBBER rum wow GLIBBER ist cool ganz ehrlich das klingt sowas mit doppeldeutig aber ich hab auch GLIBBER oh 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 wo ist GLIBBER ach hier da ok warte jetzt wenn's ich hier boi ja chaka boi ja chaka boi und jetzt gehst du doch mal schauen jetzt musst du glaub ich auch noch irgendwas machen ja ok Failung Nummer 1 oder was geh doch einfach da rauf wo ist das Problem ohne Sinn einfach ey guck mal hier hier ist ein Raum wow ah hier müssen beide hin also schieß mal hier eins hin und da eins hin aus dem Weg blau das Portal guck mal hier bin ich hallo dre ich um ach so da ih du hättest das Portal einfach lassen können so oh oh ne coole neue Tür hey hier ist voll special oder so bestimmt sagt dir was ein super tolles was total wie weiter ist hä das ist ja ubergeil ich höre voll die geilen neuen stylischen Fahrstühle du kommst denn nicht rein ich bleib doch wieder mal irgendwo hängen oder so selbst wenn die alten Fahrstühle abgeschafft sind bleib ich immer noch hängen oder so ohne Sinn obwohl man da einfach nirgends verhängen bleiben kann aber naja doch da war ein Geländer spart oh oh ganz mies nochmal ach ja ja und das besondere an dieser Folge ist eigentlich oder ich will mal in diesen kommenden Folgen dass wir am Tage spielen ja nicht wirklich am Tage aber hä na am frühen Abend mein Gott sonst schwimmen wir immer um 1 Uhr nachts oder so stimmt einfach nicht ja doch einfach mal so um 11 oder so ja und das ist trotzdem ja wir sind jetzt auch immer früher das hat einfach hä ist einfach auch wirklich egal oder nicht besonders durch sind wir auch nicht viel wacher hoffe ich zumindest Spaß ok du musst da jetzt irgendwie hin ok hier ist schon mal der Tod hier auch ey willst du nicht mal lang gehen? hier ist alles super wenn du hier durchgehst passiert gar nichts oh kurz los ey du gehst jetzt was? warum bist du jetzt da durchgegangen? wieso nicht? ist doch egal ne ähm ich würde jetzt behaupten ja du bist so echt ja ja bleib ruhig bleib ruhig bleib ruhig naja ich raste mal wieder ein bisschen tut mir leid pff ich schieß einfach ein Portal ok booyah shaka booyah shaka ah ich weiß glaube ich hä einfach hier bist du sinnlos hä? öh ok dass da noch so ein Dingens ist äh wusste ich jetzt nicht 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 ich verarsche dich so einfach so da ja was bringt das denn bitte? keine Ahnung sieht cool aus warte mal produktive Beiträge hm hä aber wozu ist denn auch das hier? das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn naja da ist dann so ne Plattform die dann hoch geht hätt ich jetzt nicht gedacht naja pff wieso fragst du dann? keine Ahnung er wollte mich irgendwie verarschen ah du musst glaube ich nee guck mal ich kann von hier aus hier reinschießen und kann in der Glibber rausfliegen lassen ist das nicht stylish? ja dann mach das mal iiii jetzt ist der Glibber in dieser Säule da gefangen na ist ja cool so ok jetzt mach nochmal hab ich dankeschön dankeschön ja was ok mach du nochmal ähm mach mal ein Portal jetzt dorthin da wo mein Portal ist ach da da kann ich aber nicht durchschießen tut mir leid kann ich nicht ach was heißt hier kann ich nicht guck mal hier ist da die Wand da die strahlt auch weg ich guck dir einfach zu gut du jetzt bist guck da wenn du da guckst du kann ich durchschießen ja ja ist mir schon klar ist mir schon klar trotzdem ich wollte es nur nochmal verdeutlichen kann da nicht zwei nebeneinander setzen nee war schade hm hm das ist wirklich kacke öh was denn da unten wo unten ach so da kann ich ja kein Portal anschießen hey nimm da einfach den Glibber aus diesen warte warte ich verleg gerade hätte überhaupt keinen Sinn ergeben aber ist auch nicht so richtig Mann hä das ist ein Scheißrätsel das kann man ja nicht lösen ich weiß auch gar nicht was wir hier gerade machen sollen da rüber kommen oder was ah warte mal ne nicht warte mal das müssen wir jetzt ich kann von hier aus rein warte mal ich komme auch mal kurz zu dir ey es ergibt einfach keinen Sinn dabei es ist doch sinnlos soo jetzt schließe ich mal hier die Portale mach das mal ja kann man da nicht drauf schießen ja da kannst du jetzt nicht den Glibber reinschießen oder was wo na da rein in die Säule doch ja man kann die Säule aber nicht umdrehen ne 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 aber ähm das ist ja egal da unten ist ja eh alles voller Glibber aber dort will ich Glibber haben damit man dann von dort oben rauf springen kann dann da rauf springen kann und dann auf die Plattform dahin kann verstehst du? ja schon klar aber ja ja ich weiß schon was du meinst du willst jetzt dass es so umgeleiten wird und dass du dann dort ein Portal hinschießen kannst ja hätte ich schon gerne ja 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 warte mal kann ich einfach ne kann ich nicht kann man von hier aus da in die Lücke schießen ne das habe ich auch schon versucht aber es geht nicht doch guck mal es hilft zwar ah nice ok ja mach das mal es hilft zwar niemanden weiter aber sieht cool aus ne warte mal warte mal öööööö scheiße es hilft wirklich nicht weiter sieht bloß cool aus warte doch vielleicht hilft das maln Inwiefern soll das- Kannst du hier noch ein Portal hinschießen? nein Ich bin ich bin weißt du ich bin nicht Mister Incredible ich hatte bloß ein bisschen glück verdammte scheiße äH ja wieso gibt es denn hier nicht einfach noch welche Sachen wo man hinschießen kann verstehe ich das wirklich einfach nicht oder so Hm... Was ist denn, wenn der Glibber nach ganz... Junge, hör auf mich vollzuschreiben, Maxi. Was ist denn, wenn man hier einfach den Glibber bis ganz nach oben fliegen lässt? Passiert denn irgendwas? Nö. Aber ich hab auch... Komm, warum hab ich ja nichts hinter mir? Sonst könnte ich den Strahl einfach damit... Pff, auffangen. Hä? Kann man den Strahl nicht irgendwie umlenken oder so? Nee, wa? Geht auch nicht. Ist ja einfach nichts. Mann, ich wette, das Rätsel ist wieder so simpel zu lösen. Und wir schaffen das mal wieder nicht. Und ich geh jetzt einfach mal hier runter. Oh, runter. Oh, da. Jetzt bist du gefangen in meinem Strahl. Oh. Hahaha. Nein. Ein Abo. Warte mal. Ich hab's da selber gesehen, wie knapp das gerade war. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Hm. Die Frage... Hä, was? Ich verstehe auch nicht. Okay, darüber komm ich auch nicht. Okay, ich bin grad... ...etwas... ...am verzweifeln. Hä, das Dumme ist nur... Wie kriegt man denn da jetzt Glibber? Ich mein, dort muss ein Portal hin. Hm, warte... Kann man nicht, wenn ich eins slimen? Nee, wa? Nee, nee, kann man leider nicht. Ich... Nee. Nee. Mann, das Coole wäre nur, wenn man hier... ...wenn hier Glibber wäre, dann könnte man schon hochspringen und dann... ...aber das geht ja nicht. Okay, warte, ich hab's doch einfach... ...sind wir irgendwie ein bisschen sinnlos. Kannst du nicht einfach jetzt da hochgehen und auf den Boden da ein Portal schießen? Ah, nee. Das geht ja auch keinen Sinn. Das haben wir ja gerade schon. Bin ich dumm oder so? Okay. Nee. Doch, ich hab's. Ja, mach mal. Warte, hab ich's wirklich? Ähm. Ja, warte mal, lass das mal so. Okay, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Da müssen wir mal zusammenarbeiten. Ja, sag an. Okay, warte mal. Also, hier ist jetzt die Säule. Jetzt machst du... Nee, warte, ich mach's noch ein bisschen weiter. Dahin. Okay, jetzt aktivierst du das dann. Also, noch nicht machen. Also, du aktivierst es dann. Wenn du es aktiviert hast, dann kommst du hier hoch zu mir. Okay. Ja. Okay, und dann machst du... Dann kannst du einfach ein Portal schließen, jünger so will. Genau, genau. Also, aktivier jetzt einfach mal. Ich springe hier einfach rum wie ein Vollidiot. Ja, okay, ich mach jetzt. Ich komme, ich komme. Gut. Abo, ich bleibe hängen. Nee, ey, was? Iiii! So. Daran hab ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay, muss aber trotzdem jemand stehen bleiben, sonst... Naja, du bleibst dann dort einfach stehen. Ja, warte mal, Reim, war das noch so... Äh? Nee, nee, bleib einfach stehen. Ja, gut. Moik. Uuuuuh. Ich hab geschwächt. Okay, ähm, ich hab einfach verkackt. Warte, ich mach nochmal. Aber trotzdem. Haben das schon mal geschafft. Hä, wieso sind wir darauf nicht einfach so fortgekommen? Ich hasse so... Ja, hä, einfach wirklich so... Ich hasse so was für leichten Dinger, worauf wir einfach nicht kommen. Ja. Mann, wa... was? Soll ich einfach mal springen, oder so? Mann, ich bin zu weit. Warte, nein, nein, nein. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Okay, lass, noch einen Versuch, okay? Nö. Ich hoffe, ich feile nicht. Ey, mach du mal, Junge, das ist doch behindert. Wieso soll... Das ist doch einfach schwer, hä? Das ist einfach wirklich dumm. Das ist doch einfach... hä? Das ist einfach scheiße, ganz ehrlich. Okay, ich schluss... Okay, fünf Euro, dass ich beim ersten Versuch schaffe. Spaß. Okay. Mach, schaffst du eh nicht. Spaß. Okay, gut, das war ein Nächster kurz. Scheiße. Ich bin von vor, okay, gut, doppelt oder nichts. Nein. 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 Ganz schön nicht. Nicht mit mir. Okay, los. Nochmal. Junge, wie du verkackst. Abo, ich hab's geschafft. Er schafft es. Boom, ich krieg 10 Euro von dir, mein Freund. Ich hab gesagt nein. Ja, egal. Boah, was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung, sag du's mir. Ach, guck mal, hier kann ich einen Strahl hinschießen. Wo ist denn der Strahl? Strahl. Der Strahl. Gib mir mal. Scheiße. Du musst hier noch einen Strahl machen. Guck mal, ich mach hier Aimbot, Alter. Boom, across the map, Alter. Oh. Oh, oh. Cheater. Die Frage ist, ob du überhaupt reinspringen kannst, so schlecht wie du bist. Oh. Oh. So typisch, ey. Mann, wie hast du es denn einfach geschafft, hä? Ich bin einfach, ey, Pro, oder? Ich hab sogar mittendrin noch ein... 360 macht, hab bloß niemanden gesehen. Genau, der war so schnell, wa? Ja, ich bin Flash. Spaß. Ja, genau, und jetzt... vor, 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 vor. Ich war, ich gebe so sinnlose Tipps, die überhaupt nichts bringen. sowas wie springen oder fliege springen laufe kam hier vor die kamera das war mal wieder ein rätsel naja was soll ich trinke jetzt erstmal ein bisschen was nein doch ja ok people die gibt es mal wieder zu sehen ok naja nach porte kommt endlich wieder christmas marius eine ganze staffel ich weiß ja auch nicht also ich würde die erste das gibt ja wieder eine staffel das sind ja dann wieder wie zwei monate lang jeden sonntag oder so aber was kommt dann einfach nach was denken wir danach aus wird ja wirklich immer schwerer ja wir haben jetzt schon ein paar probleme gehabt irgendwie gute sachen uns zu überlegen aber mal schauen es gibt halt so eine fraus für uns sind einfach gut spaß er was jetzt so jeder mal weg wieso ich mach doch weil ich es dir sage auch so na dann ich bin erster ich bin erster ja wirklich also jetzt gerade ist mir aufgefallen okay gut es ergibt keinen sinn noch du es mal allein gehe runter dann schießt das andere portal so kommt niemand mehr jung ich hasse sowas ja ok also noch um noch mal während chris hier kurzes macht ja es wird halt wirklich schwer nach chris was marius 2 zu überlegen was wir dann noch machen sollen genau machen wollen machen sollen machen beides also es ist ja keine ahnung christmas einfach richtig gut und dann ja muss man sich das neues ausdenken das ist wirklich schwer genau und her was passierten wenn das auf so ein lichtstrahl kommt ich töte ich jetzt einfach mal kurz weil ich lust dazu aber weil ich einfach machen muss so kann es viel leichter kannst du hier einfach hinschießen man kann es aber auch was eigentlich schon sinnvoll war aber jetzt darauf oder wie er hat auch komplett sinnlos okay das war mal wieder so ein wirklich sinnloses rätsel aber jetzt beeil ich mal hier 40 verarschen oder ich bin ich auf dem boden war man ja die portale waren weg weil du gestorben bist ja und ich bin ja nicht gestorben ja du bist ganz leicht du schaffst ja zu mir ich der voll krottel bleib mal wieder hängen renn irgendwo gegen springen gut gemacht ich dachte du bist wieder gestorben